Servus, Salve und Hallo. Es gab Volatilität und ich war dabei. Sensationell. Endlich mal. Vor allen Dingen diese Geschichte mit Etienne. Es ist mir leid für den einen oder anderen, der da irgendwo vielleicht höher positioniert war. Aber für das Daytrading war das der Hammer. Muss ich schon sagen. Habe ich auch schon lange nicht mehr erlebt. So eine Geschichte mit minus 40% beim Eurostox-Wert. Seid ihr nicht mehr pleite. Leute, guckt mal den Chart hier. Und zwar, wir haben, das sieht man auf den ersten Blick, so ist auch der Titel vom Thumbnail, wir haben einen Hammer zum Wochenende. Ein perfekter Hammer. Der Körper ist ja egal, ob er schwarz oder weiß ist. Wir sind aus dem Band raus, ins Band rein. Allein dieser Hammer ist schon mal ein Kaufsignal. Das zweite ist, wir haben das, ich hatte das letzte Woche gesagt, wenn wir hier unter die 90 gehen oder unter die 15.690 gehen, dann ist sie wahrscheinlich, dann ist das hier Pflicht. Und das ist jetzt auch ein Doppelboden. Im Moment. Es kommen ziemlich nah dahinter. Die 200-Tage-Linie, hier. Dann, diese blaue gestrichelte Linie, ist das Gap vom 29.03. bei 15.328. Und dann kommt noch hier von dieser Wedge, sieht man hier oben und unten, kommt noch bei, was ist denn das hier, 15.284 auch nochmal Support dazu. Wir haben eine verführerisch tiefe Technik. Dann gehen wir da weg. Wir haben eine verführerisch tiefe Technik über den Oszernator. Die dreht zwar leicht, aber das ist noch kein Kaufsignal. Das ist es noch nicht. Das MACD ist natürlich auch negativ, muss es auch nach dieser Bewegung. Das heißt, diese gleitenden EMAs hier, die gehen auseinander. Noch. Die gehen noch nicht zusammen. Also kein Kaufsignal, noch kein Kaufsignal. Aber aus dem Band raus, Doppelboden und den Hammer reingestellt. Ich finde, das sieht nicht schlecht aus. Ich werde einen Teufel tun und das hier am Wochenende short sein. Nee, ich gehe sogar Kleinigkeiten long ins Wochenende rein, in den Montag rein. Das, die Art und Weise, wie er heute gehandelt hat, immer mal wieder schnelle Bewegungen nach unten, aber sich dann schön nach oben gerettet. Man sieht das vielleicht hier auf dem, sagen wir mal, nehmen wir mal einen 15-Minuten-Chart. Sieht man hier, dass ihr seit 15.30 Uhr, seit Ami-Beginn, sich richtig schön hochgearbeitet habt. Gefällt mir gut. Zurück zum Tag. Weil es ist ja der Freitag-Film. Also mir gefällt das. Das Schöne an dem Hammer ist, er gibt sofort einen Stopp mit. Das heutige Tagestief war sechs Punkte über dem Tief hier vom 7.07. Und zwar bei 15.462. Sagen wir mal, 15.450 müsste ich einen eventuellen Long zumachen. Den muss ich stoppen. Aber auch am Montag wird die 200-Tage-Linie leicht weiter steigen. Die müsste dann sein, wenn ich es richtig rechne, bei 15.384. Also die kommt leicht weiter hoch. Die kommt dem Markt entgegen. Also nochmal, Doppelboden ist in Ordnung. Diesen Punkt hier fast erreicht. Das sind nur sechs Punkte. Das ist mir echt gerade mal egal. Außenband raus, ins Band rein mit einem Hammer. Das ist ein relativ seltenes Signal. Es wäre schöner, wenn der hier drehen würde. Aber selbst wenn der DAX am Montag hier irgendwo in dieser Range ist, von dieser Kerze, wird das Ding nach oben drehen. Also mir gefällt das. Und ich habe auch die Scheine ein bisschen geändert. Also unwesentlich. Ich lasse den hier drin. Diesen 15.088er. Der hat jetzt einen Hebel von 31. Ich lasse den deswegen drin, weil... Warum soll ich den nicht nehmen? Das sind jetzt gerade mal 500 Punkte. Das ist nicht so viel. Und ich kann den ja hier unten drunter stoppen. Und dann tut es immer noch nicht so sehr weh. Gefällt mir. 31er Hebel. Ich habe den ein bisschen weiter weggenommen. Das ist der gleiche wie letzte Woche. 14.770. Das ist auch okay. 19er Hebel. Dann hatte ich hier einen 16.800er Put drin. Den habe ich runtergenommen auf 16.222. Das ist jetzt hier diese KH8KB1. Ich glaube, wenn ich das hier so sehe, hat der Markt durchaus die Chance, jetzt eine Korrektur mal zu machen. So bis Mittwoch, Donnerstag, nächste Woche. Die hier in diesem Bereich im Extremfall sogar bis zur 20-Tage-Linie gehen kann. Ich glaube nicht drüber. Ich glaube auch nach wie vor nicht an neue Hochs. Aber irgendwo hier in diesem Bereich sollte der jetzt mal korrigieren. Die Chance hat er dazu. Von diesen seit Mai stillgelegten Sparplänen. Das waren ja Mai, Juni, Juli, August. Es waren vier Tranchen. Da habe ich eine zugemacht. Ich habe also nur noch drei Einzahlungen, wenn man es so will, nicht gemacht. Aber eine habe ich zugemacht. Das musste ich heute machen. Das war hier so ein Bereich bei 15.480 irgendwo da. Da habe ich das mal zugemacht. Also zugemacht heißt, diesen Plan, diese Rate habe ich bezahlt. Ich muss wirklich sagen, wenn ich hier, ohne zu wissen, dass es so etwas gibt wie Etien und so etwas, was natürlich mit dem DAX nicht so viel zu tun hat. Ich finde, das sieht eigentlich recht vielversprechend aus, kurzfristig für eine Korrektur. Ich gehe hier definitiv nichts short. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.